Heute ging es endlich zurück in den Schwarzwald für ein weiteres Abenteuer. Diesmal war der Burgbach-Wasserfall unser Ziel. Versteckt tief im Wald ist er mit einer Gesamthöhe von 32 Metern einer der höchsten Wasserfälle Deutschlands und in meinen Augen einer der schönsten Wasserfälle im Schwarzwald. Okay, wir sind endlich angekommen. Meine Güte, das war ein ganz schöner Weg. Wir sind oben über die Schwarzwald-Hochstraße gefahren, oben am Mummelsee lang. Es war so super neblig da oben. Man hat echt die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Aber jetzt sind wir endlich hier. Ich freue mich. Diesmal haben wir vielleicht Glück und es ist genug Wasser beim Wasserfall, dass es sich auch echt lohnt, da hinzulaufen. Weil so wie ich das auf Bildern gesehen habe, ist das ein echt schöner Wasserfall. Aber lasst uns erst mal kurz auf die Karte gucken, wo wir hier jetzt sind. Wir sind hier. Da oben ist Bad Rippholzau. Wir sind auch von hier oben gekommen, von Freudenstadt hier runter. Und ja, wir sind jetzt hier am Parkplatz und müssen hier zum Wasserfall. Das ist nicht so weit, wie ihr seht. Vielleicht ein Kilometer, 900 Meter, 1000 Meter. Und danach gehen wir, ich glaube, das ist hier oder hier oben, da ist noch so ein Aussichtspunkt. Da, hier sieht man, zu diesem Aussichtspunkt wollen wir noch gehen. Und das ist der Wasserfall. Und wie ihr seht hier auf dem Foto, das sieht echt super aus. Und ich hoffe, es ist diesmal genug Wasser da. Vor einer Woche ungefähr, was heißt von einer Woche, vor einem Monat ungefähr, waren wir bei den Allerheiligen Wasserfällen oder so. Und ja, da war ich gar nichts. Deswegen, die letzten Tage hat es geregnet. Ich hoffe, hier ist diesmal ein bisschen mehr Wasser. Und ich würde sagen, ja, wir laufen jetzt erst mal los. Nach ein paar Minuten auf der Straße, die uns an vereinzelten Häusern vorbeiführte, ging es endlich in den Wald und weiter auf einem schmalen Pfad. So, wir sind jetzt schon ein bisschen gelaufen und wir haben hier dieses kleine Häuschen gefunden. Warte mal. Hier kann man sich Bier kaufen, Radler, Schnaps. Bitte lasst das Leergut da. Hier schmeißt man das Geld rein und dann kann man sich das ganze Zeug hier holen. Guck, da steht es drin. Es gibt so ein Leckeres. Cool. Was willst du dir denn kaufen, Angel? Ich hätte gerne Apfelschorle. Apfelschorle, ja, aber wie macht man das auf? Hier. Und da ist die Tür, alles klar. Ja, ja, dann nehmen wir eine Apfelschorle. Gucken wir mal rein. Was soll das sein? Gebrauchte Gläser. Apfelschorle gibt es gar nicht mehr, ne? Das ist Radler. Ja, aber trotzdem. Das Geschmack ist Zitrone, das mag ich. Okay, ja, dann nehmen wir mit. Da ist auch ein Flaschenöffner. Stimmt. Und machen wir das so. Und hierzu. Ja, dann Prost. Und das Gelb muss hier sein. Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Perfekt. Hier haben wir das Radler. Und Prost. Lass es dich schmecken. Lass es dich schmecken. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben es endlich geschafft, wir sind beim Wasserfall und der sieht echt super aus. Guckt euch das mal an, da oben. Richtig cool. Der Weg hierhin war nicht so weit und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Trail gewünscht, so wie hier. Im Großen und Ganzen war es ein schön breiter Schotterweg. Hat schon Spaß gemacht hier hochzulaufen. Aber hier der Rest, das sieht schon richtig cool aus mit der Treppe, wie die da hochführt zum Wasserfall. Und ja, ich glaube, wir machen hier jetzt ein paar Fotos, gucken uns das alles in Ruhe an. Hier ist noch so eine kleine Bank, da kann man die Aussicht genießen, sich hinlegen. Jetzt ist es leider ein bisschen nass. Meine Güte, das sieht echt schon geil aus. Guckt euch das an. Richtig, richtig schöner Wasserfall. Und ja, wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier. Und dann laufen wir den Weg weiter hoch Richtung Aussichtspunkt da auf dem Berg. Nach einer kurzen Pause am Wasserfall ging es weiter. Der Weg führte uns vorbei an Pilzen, kleinen Tieren und moosbedeckten Felsen weiter den Berg hoch Richtung Burgbachfelsen. So, endlich angekommen. Ja, es war doch ein bisschen anstrengend hier hochzulaufen, aber das letzte Stück ist ein richtig schöner Trail. den Berg hoch und so weiter. Und wir sind jetzt in dieser Hütte auf dem Berg, die ihr vorhin schon von unten gesehen habt vielleicht. Und ja, guck mal, die Aussicht. Richtig cool. Auch mit dem Nebel da oder den Wolken in den Bergen. Das sieht richtig schön aus. Ja, ich bin echt froh, dass wir hier hingekommen sind. Und ach, guck mal hier, der Wangenweiß. Also, beim Gewittern nicht hier reinstellen. Ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen hier oben, genießen die Aussicht. Und ja, gönnen uns eine kleine Stärkung, bevor wir wieder runterlaufen. Okay. Die kleine Stärkung in Form von dem Apfel, die war echt gut. Wir sind jetzt schon wieder den ganzen Berg runter, da unten, wo wir vorhin das Radler gekauft haben. Ich würde ja, um ehrlich zu sein, gerne noch ein bisschen weiterlaufen. Aber es hat leider angefangen zu regnen. Hier sind auch noch Schilder zum Bärenpark beim Burgbachfelsen. Da waren wir gerade. Und ja, hier gibt es noch eine Menge zu sehen und man kann auch noch viel, viel weiterlaufen. Aber wie gesagt, leider hat es angefangen zu regnen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, uns wieder auf den Rückweg zum Auto zu machen. Und ja, es ist ein wirklich super schöner Wasserfall. Der Trail hier hoch, da gibt es definitiv schönere im Schwarzwald. Aber der Wasserfall selbst, das ist auf jeden Fall einer der schönsten Wasserfälle, die ich hier im Schwarzwald gesehen habe. Wir waren hier schon recht oft unterwegs. Wir waren beim, wie heißt der, Allerheiligen Wasserfälle und so weiter. Aber das hier ist einer der höchsten und wirklich schönsten Wasserfälle hier in der Gegend, finde ich. Und naja, wir laufen jetzt wie gesagt zurück. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst ein Like oder einen Kommentar da. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt auf eins der Videos hier drüben oder abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.